Ich dem unsere Besucher erschrecken. Jetzt geh bitte wieder in dein Zimmer zurück, ja? Warum muss ich sich nur immer als Gespenst verkleiden und damit unsere Besucher ärgern? Aber so schreckhaft wie die beiden eben war, noch nie jemand. Verdammt nochmal, ich habe gesagt, du sollst zurück in dein Zimmer! Und wo hast du den Laken schon wieder her? Wow, du wirst wirklich immer besser! Und dein neues Kostüm? Wirklich schick! Du bist der Echte!